Es war witzig, ich hatte vor ganz, ganz langer Zeit mal ein Gespräch mit DJ Bobo, der so sagte, weisst du, wenn ich einen Fernseher aus dem Hotelzimmer rausrühre, das war in einer solchen Zeit, wo so Rockbands, so Fernseher aus dem Rock, weil heute ist es so ein Flatscreen, heute hat es ja keine Wirkung mehr, aber damals waren es so viereckige Schachteln. Und der Rest ist so rausgerührt. Und dann hat er gesagt, wenn ich einen Fernseher aus dem Hotelzimmer rausrühren, dann würden mir die Leute sagen, ich höre der arme Bobo, jetzt ist der noch am Fernseher raus, im Hotelzimmer rausgeheizt. Und das sagt eigentlich nichts anderes, als du bist ein bisschen das, wo du einfach bist und du kannst es, glaube ich, gar nicht so fest steuern, das ist das, wo du ausstrahlst. Und ich glaube, wenn mein Teil ist wirklich für Leichtigkeit, zumindest auch mein Konzert für Leichtigkeit sorgen. Und das funktioniert aber auch nur, und das ist meine zweite Erkenntnis, wenn du viel Tiefe und viel Melancholie gleichzeitig auch zulässt.